mit drei freunden was warum hat uns das denn keiner gesagt ey floh das wäre doch episch wenn wir den hier hoch bis zum sonnenlicht buddeln würden und da wird hier einfach so ein lichtstrahl rein scheinen wir gehen jetzt welche schlachten ja machen wir bist ja absolut sicher das gold mit bist du wirklich sicher sollen wir die dias mit ich nehm noch eisen mit kohle kann da rein ja ich nehm trotzdem gut mit so ok oh ja steinschwert brauche ich auch nicht warte ich mach mir eben noch eine neue eisenspitzhacke kannst du mir das eiseneimer geben achso ja i'm going down 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 boah es wäre natürlich richtig nice wenn wir verzaubern könnten floh ich will zwei dias haben moment jetzt erst will ich noch einmal drei dias eine dia da brauchen wir floh komm strip mining system bitte verzaubern wäre so episch ich hab 14 level oh da ist ein creeper warte ich mach eben eine spitzhacke floh das wäre das epischste was uns passieren könnte wenn wir jetzt verzaubern könnten na jetzt kein creeper hoch ne ne boah alter mach doch nicht so was floh was machst du ach ja so pass auf floh ich erklär dir du baust dich hier rein und ich baue mich hier rein äh ne moment hier rein boah alter floh ja du hörst mir nie zu ja du redest bei mir wird das nicht angezeigt zu fackeln äh ja weil ich hab holz achso jetzt hab ich mich in den falschen gang gebaut ich muss hier rein damit wir dann den vollen überblick haben du weißt wo du rein musst ja aber ich brauch fackeln oder kohle achso ich hab hier doch nichts außer kohle hier danke und sticks hier ne das hätte ich auch selbst dann hast du jetzt noch zwei mehr boah zwei dias floh das wäre so episch weil wir dann einfach richtig weil dann würden wir alle unsere rüstungsteile auf eins verzaubern ich hab acht level ich hab 14 nice wir könnten uns so crazy ausrüsten und wenn auf unserem dias schwert dann halt irgendein scheiß ist dann machen wir ein eisenschwert und versuchen das mit schärfe zu verzaubern dann haben wir wenigstens 0,25 mehr angriffsschaden boah ich tu die Lama einmal weh ich hab Angst dass ich mich setze wenn ich zu meinen fackeln Leute es tut mir leid dass es jetzt doch noch nicht die erwartete Action gibt aber die gibt es bald wir machen nicht mehr lange ne ich sonst sitzen wir noch hier bis Schalke verloren hat nein die gewinnen heute die haben doch die Matteo floh ja so heißt der doch oder roberto di Matteo richtig ich habe übrigens schon wieder ein smaragd gefunden das ist ein gutes zeichen weil es auch ein edelstein ist ich wette wir bauen uns jetzt bis zur anderen Map Grenze so pass auf ich brauche echt 3 dias boah das wäre so episch dann würde ich mich schon ziemlich freuen man braucht 4 obsidian für so einen ich habe einen strip mining gang gefunden hallo und dann finden wir hier eine zweier Diader boah dann würde ich ausrasten ja aber alter dann würde ich jeden töten keine Ahnung die kann nichts dafür aber ich würde jeden töten oh ich habe einen smaragd du sagtest das ist ein smaragd ja dann findest du innerhalb der nächsten halben Stunde ein dir boah die Fackel war klug platziert muss ich schon sagen ach komm schon bitte gib mir doch 3 dias ohne Witz das wäre das schönste was mir jetzt passieren könnte geil jetzt ist ja ach ich habe doch eine Schaufel Thorben 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 du bist Reiskorn wurde getötet von Claude das gibt es doch gar nicht dachte wir hätten ein Team gemacht dachte ich auch meine Rache wurde auch von OH der hat richtig gutes Equip aber der scheint alleine zu sein das heißt wir können den wenn wir im Team sind natürlich mit Vorteilen ausschalten mein Freund wir sind nur noch 5 da boah geil wir gehören zu den besten 5 ein Team und wir und der Claude ja oder 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 El Grandovic Teammitglied wurde auch schon getötet weil der hat ja eben bei dem ging ja eben die Party ab oder El Grandovic ist mit Claude das kann auch sein man weiß es nicht dieser Geno Nato ist nicht beim Projekt dabei das weiß ich nicht weißt du das? oder hast du gesagt oder der ist nicht dabei ich habe keine Ahnung ob der dabei ist oder nicht ach so ja gut ich auch nicht deren ganzen Minecraft-Namen doch nicht boah hier ist Lava pass auf Flo wenn du dich weiterbaust da kommt irgendwann ein Lavasee oh Eisen yeah ich freue mich eben wären wir bei Eisen richtig ausgerastet ja ich meine seit wir die Höhle gefunden haben 10 Blöcke entfernt wer? Claude zwei weil wir geil mit 3 ohne Teampartner sind das wäre echt lustig ich glaube wir sind die einzigen Idioten die Strip-Mining machen hä? aber die einzigen Idioten die dieses scheiß Battle ich habe Dias ja ja es sind 3 genau 3 ja glaube ich es sind hier haben sich irgendwo noch welche versteckt ne es sind genau 3 episch Flo damit haben wir glaube ich gewonnen siehste Desmarag war ein gutes Zeichen in der nächsten halben Stunde wäre ein Dia gekommen und er ist gekommen mit 3 Freunden was? warum hat uns das denn keiner gesagt? geiße warum hat das denn keiner gesagt? das ist eine Zeit begrenzt what the fuck? ok Flo lass mal schnell auf die Hacke gehen ja ne erstmal verzaubern hä? ja sicher vielleicht wird man auch gepoddet schnell ich mach die Dia Hacke schreib auch nochmal what the fact? gibt's nen die match okay wir müssen zum nächstgelegenen Navasay Flo track die Spieler dass sie nicht zu nah kommen weil jetzt geht da natürlich die Party ab ok so ich habe übrigens voll die geile Taktik zum Obsidian Farmen herausgefunden wie man ohne Probleme und sicher farmen kann Bitch und Trout sind ein Team und die kommen näher jetzt ernsthaft? fuck jetzt beeil dich ja ich farme Obsidian ah ne da bist du wie weit sind die? 221 Blöcke ok 2 Moment ich sammle die gar nicht auf so 3 ich habe kein Buch was? wir haben kein Buch oh wir sind so behindert ne? wir haben uns ein Dia Helm ah ne die es ist zu spät ich hab doch jetzt das Ding ach ja wir hätten uns Dia Schuhe machen können wir sind so solche dummen Kinder Flo lass schnell an die Oberfläche vielleicht finden wir noch Zuckerrohr ich ach so ja warte dann geht mir noch komm zurück wir dürfen uns jetzt hier nicht verlieren ok die sind noch 234 Blöcke die machen anscheinend doch keine Anstalt näher zu kommen hä? machst du ja ich hol das Obsidian ne 4 ne 3 und dann direkt an der Oberfläche auf Zuckerrohrsuche begeben was brauchen wir noch? Dia's Obsidian und Buch mehr nicht wir brauchen noch ein Leder ja das finden wir aber hoffe ich ich hoffe es auch ok ich bin fertig so dann fällt mir so ein kommen wir grad sollen wir uns hochgraden ja sicher sicher leuchte du mal hinter mir aus hä? warum kann ich ach da ist eine Fackel auf dem Boden wie hinter mir ausleuchten na komm mit hier ich grab mich schon hoch hä? ja ich mich doch auch du grebst dich unabhängig hoch ja sicher sonst ist das doch viel zu kompliziert ach du machst ne ne Treppe ach so ja stimmt ich bin ein Idiot du hast doch genug Stein du kannst sie einfach straight nach oben bauen und du verlierst ja noch nicht mal was an Stein ich hab die Dia-Spitzhacke die geht nie kaputt die kann ich jetzt verbrauchen oh jetzt seht ihr paar Minuten nichts ja ne das dauert keine Minuten eine Minute noch und dann ja echt das hat uns jetzt so den Zeitdruck gegeben so doof ohne Witz das hätte man aber auch vorher vielleicht mal sagen können oder? hm also wäre schon kind of praktisch gewesen so boah das mal echt auf dem privaten Server machen sollen genau meine Rache hat das Spiel verlassen ach der war bestimmt schon tot ja der war schon tot naja dann zählen wir wenigstens zu den Gewinnern wenn es kein Deathmatch gibt das ist richtig damit haben wir unsere Ehre auf jeden Fall gerettet tausende Folgen nur meinen gesehen hä aber das ist echt ein bisschen scheiße Floatrackst du einmal oder ich mach schon äh 210 Böcke okay die haben anscheinend auch keinen Bock wahrscheinlich sind sie noch in einer Höhle wenn wir echt kein Buch finden würden das wäre ich würde mich das wäre echt ärgerlich also wenn wir es nicht mehr schaffen sollten einen Verzauberungstisch zu machen auf welcher Höhe sind wir überhaupt minus 62 alter sind wir noch hä ne das ist nicht die Höhe die Höhe ist 70 achso wir sind wahrscheinlich direkt unter dem Berg ja geil in einer Minute endet das Event ähm ich bin oben nicht hallo Wild wie geht es dir ja du baust dich auch direkt in den Berg da hinten ach nee da bist du so guck mal hier sind äh Skelette zumindest eins das hol ich mir direkt mal oh da ist das noch ein bisschen eine Spinni Spinni ähm wo ist das Essenfloor hast du das ja okay kannst du mir was geben jetzt ich hab Monsterjäger pass auf du kannst genau nein da sind die wo alter was haben die für ne Crap willst du mich verarschen vielleicht gehören wir noch zu den Gewinnern die haben ja einfach mal verzauberte Rüstung des Todes aua boah der hat mich glittet der hat ein übelst verzaubertes Schwert ich hab zweieinhalb Leben Flo der hat nen Bogen ja Sieger hey Sieg Sieg oh man hä das Ende ist so scheiße danke what the fuck dann Tschüss bis nein warte okay Leute egal das war dieses Event ähm ja ich denke mal es gibt da noch äh ne Wiederholung oder so auf nem privaten Server bestimmt weil das ist echt ein bisschen scheiße gewesen außerdem konnten ja nicht alle also vielleicht gibt's ja noch ein zweites Mal hätte ich auf jeden Fall Bock drauf und dann Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Gebt eine positive Wertung für die ganzen Parts und dann tschüss.